Warum die Ketose unterbrechen? Warum vielleicht eine Ketopause einlegen? Oder muss ich vielleicht sogar Keto permanent machen? Auf diese Fragen erhältst du heute in diesem Video deine Antwort. Und zwar fangen wir erstmal an. Die Ketose ist ein super genialer Stoffwechselzustand, der dir hilft, mehr Energie zu haben, besseren Fokus, bessere Fettverbrennung, besseren Schlaf und einen stabilen Blutzucker. Wir haben aber zwei Stoffwechselprozesse im Körper. Das heißt, wir können sowohl Kohlenhydrate als auch Fette gewinnen. Unser Gehirn, unsere Muskeln, unsere Organe können Ketonkörper verwenden, aber auch Glucose. Keine Sorge, wenn du dich ketogen ernährst, funktioniert trotzdem noch die Kohlenhydratverbrennung und auch Glucose ist in deinem Körper vorhanden. Das kriegst du ja auch mit, wenn du den Blutzucker misst. Aber wo könnte der Vorteil drin liegen, eventuell auch öfters mal rauszugehen aus der Ketose? Aber zuallererst, lass uns unterscheiden. Machst du die ketogene Ernährung, um eine Lifestyle-Verbesserung zu erreichen? Machst du es aus gesundheitlichen Gründen? Denn zum Beispiel ganz viele Epileptiker, die oder auch Menschen, die Krebs haben und vom Arzt verordnet bekommen, zu sagen, hey, ketogene Ernährung wäre echt gut für dich oder Insulinresistenz oder schon Diabetes und das ist mit dem Arzt alles abgeklärt, dass du das machen kannst, dann ist es doof, wenn du, ich sag mal, nicht in Absprache mit deinem Coach, Ernährungsberater oder Arzt aus der Ketose rausgehst. Denn es kann sein, dass die Medikamente angepasst werden müssen, bei Epilepsie zum Beispiel. Menschen, die wirklich, ich sag mal, Epilepsie haben und durch die ketogene Ernährung weniger oder keine Anfälle haben, was passieren kann, da ist ja die ketogene Ernährung sehr genau untersucht worden, dann kann es eben wieder zu solchen Anfällen kommen, was für dich natürlich gefährlich sein kann, aber auch für dein Umfeld natürlich zu sagen, okay, was passiert jetzt hier gerade, die wissen möglicherweise gar nicht, damit umzugehen. Wenn du es jetzt machst, um mehr Energie zu haben, um Biohacking zu betreiben, um 120 Jahre alt zu werden in den USA, denken ganz viele, dass wenn du halt einfach dich ketogen ernährst, dass die Langlebigkeit davon profitieren kann durch Prozesse wie Autophagie, Zellerneuerung, also durch die Ketose und auch durch die, ich sag mal, gesunde ketogene Ernährung wird ja auch ganz viel im Körper auch angeregt. Und dann musst du eben überlegen, für mich jetzt als Coach, der hauptsächlich Menschen betreut, die sagen, hey, ich möchte mit der ketogenen Ernährung meine Leistungsfähigkeit erhöhen, Biohacking betreiben oder auch ganz, ganz viele, so ist es halt, möchte Körperfett reduzieren, dann steht zuallererst die Frage, was kommt, nachdem du dich ketogen ernährst? Also der klassische Spruch von vielen Kollegen ist, eine Diät bringt nichts. Und eine Diät bringt nicht unbedingt etwas, gebe ich nämlich dem ganzen Coach das Recht. Es macht keinen Sinn, wenn du startest mit der ketogenen Ernährung, du machst es einen Monat, du hast dein Ziel erreicht und danach isst du wieder wie zuvor. Tatsächlich, wenn jemand wirklich ein, zwei Monate sich strikt ketogen ernährt, ich habe sehr, sehr wenig Fälle, die dann zu dem alten Muster zurückkehren, eigentlich gar keine. Es gibt so Situationen, Lebensumstände verändern sich total, jemand stirbt in der Familie, es geht einem richtig, richtig schlecht und man wirft einfach alles wieder auf den Boden. Es kann passieren, aber es ist sehr, sehr selten. Warum? Weil wenn du dich ketogen ernährst, dann veränderst du deine Geschmacksnerven, deine Darmflora verändert sich und auch die neuronalen Verknüpfungen, was Zucker aktiviert, wird weniger. Also das heißt, dass du da wirklich eine Veränderung erzielst, auch wenn du natürlich über zwei Monate beim Essengehen immer andere Sachen bestellst, wenn du andere Dinge einkaufst, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du komplett alles über den Haufen wirfst. Aber was hilfreich ist, wenn du dich für die ketogene Ernährung entscheidest, einen Exit-Plan. Exit-Plan heißt so viel wie, okay, wenn du nicht dein Leben lang Keto machen möchtest, was machst du, wenn du nicht Keto machst? Und meine Top-Empfehlung ist, sind wir ehrlich, für manche Menschen ist die ketogene Ernährung doch ein Stressor mit Familie, beim Reisen, mit Geschäftsessen. Aber von ein, zwei Monaten Ketogen profitiert meiner Meinung nach jeder, außer du merkst natürlich, es tut dir überhaupt nicht gut, dann hast du entweder einen Anwendungsfehler oder vielleicht ist wirklich die ketogene Ernährung nicht das Beste für dich. Zum Beispiel bei Hashimoto, bei Schilddrüsen-Thematiken bin ich auch ein größerer Freund von Low Carb. Ja, jetzt möchtest du mit Keto starten oder du machst schon gerade Keto und du fragst dich, muss ich eine Keto-Pause einlegen? Und meiner Meinung nach ganz klar nein, wenn du dich Keto gesund ernährst. Also das heißt nicht Fett mit nochmal Fett, nochmal mit Speck, mit schlechten Fettsäuren, mit verarbeiteten Fettsäuren. Wenn du ausreichend Ballaststoffe über Gemüse isst, dann kriegt auch deine Darmflora da noch genügend Training, sage ich mal, über das Gemüse. Und es ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt viele Menschen, die machen es ein Jahr, die machen es zwei Jahre, drei Jahre, über mehrere Jahre strikt Keto, haben top Blutwerte. Also auch wenn du länger Keto machst, über ein Jahr würde ich definitiv, ich würde sowieso jährlich, das hat eigentlich nichts mit Keto zu tun, ich würde sowieso jährlich meine Blutwerte messen lassen. Wenn du jetzt aber sagst, Mensch, ich habe auch mal Lust, andere Dinge zu essen oder hey, ich möchte meinen Stoffwechsel maximal metabolisch flexibel haben, es ist eigentlich nicht so, dass du wirklich darauf achten musst, da mal Kohlenhydrate zu essen, denn sobald du Kohlenhydrate wieder isst, wenn du dich ketogen ernährst, der Körper kann eigentlich sofort sehr, sehr schnell wieder damit was anfangen. Es ist nicht so, dass du es wirklich verlernen kannst. Vor allem nicht, wenn du, auch wenn du gut ketoadaptiert bist, mal ein bisschen mehr Obst isst, auch mal ein bisschen mehr Gemüse isst. Dadurch fällst du ja nicht gleich raus aus der Ketose. Ich habe eher so Menschen, die schon länger Keto machen und sagen, hey, ich komme ja gar nicht raus aus der Ketose, Hilfe, was kann ich machen? Also das sind dann schon wirklich die Freaks, die auch viel mit Fasten arbeiten, also Positivfreaks, sehr disziplinierte Menschen, meinen höchsten Respekt, die oft hohe Ketonwerte haben, aber die sagen, hey, ich komme ja gar nicht raus. Also das heißt erstmal, was passiert, wenn ich die Ketose unterbreche? Also wenn ich die Ketose unterbreche, dann ist es so, dass eben weniger Ketonkörper produziert werden und wirklich raus aus der Ketose bist du dann eben auch, wenn du wirklich nur noch wenig Ketonkörper produzierst. Also wir reden da von 0,1, 0,2 Millimol pro Liter, denn richtig von Ketose sprechen wir ab 0,4, 0,5 Millimol pro Liter. Das ist natürlich für die absoluten Keto-Fans, sind es noch niedrige Werte, die haben gerne höhere Werte, aber ist eigentlich nicht notwendig. Also so ein cooler Optimalwert liegt eigentlich um 1 Millimol pro Liter. Also da auch bitte nicht verrückt machen, du hast Ketonkörper im Blut und jetzt um rauszugehen aus der Ketose, müssen wir natürlich gucken, okay, dass wir die Werte wieder runterkriegen. Wie kommt gleich, aber erstmal, was könnte es denn für Vorteile haben? Also allgemein wird manchmal der ketogene Ernährung nachgesagt, dass auch die Hormonwerte sich verändern können, deswegen ein Blutbild machen, Hormone testen lassen und eben schauen, ob es da alles positiv ist. Bei vielen verändert es sich ja auch ins Positive. Aber gerade auch bei Frauen, auch mit dem weiblichen Zyklus, ist es manchmal einfach hilfreich, gerade auch in der zweiten Zyklushälfte nicht so strikt Keto zu machen. Da macht Florence Keto World, Florence Krizo, meine Partnerin, auch ganz viel dazu zum Thema weiblichen Stoffwechsel, Hormonhaushalt. Dann für die Darmgesundheit, für die Darmbakterien. Denn es ist so, wenn du strikt Keto machst, dass eben auch ein paar Darmbakterien weniger werden. Gott sei Dank ganz viele, die Zucker brauchen zum Überleben, das sind eher die schlechten, auch Pilze können weniger werden. Also meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile. Aber es gibt so ein paar Darmbakterien, die benötigen einfach sehr, sehr viel resistentete Stärke. Und wenn du dann ab und zu mal eben rausgehst aus der Ketose, die Ketose unterprägst, Keto-Cycling machst, dann ist das für die Darmbakterien auch förderlich. Was für Vorteile hast du noch, wenn du rausgehst aus der Ketose? Tja, wenn du Kohlenhydrate isst, Kohlenhydrate sind per se nicht schlecht. Es gibt natürlich Kohlenhydrate wie Zucker, wie verarbeitete Kohlenhydrate, wie Dinge, die die Nahrungsmittelindustrie macht, die wirklich fies sind, wie Fruktose, Mais, Corn-Sirup, also wirklich Dinge, die unser Gehirn eigentlich überhaupt nicht verarbeiten kann. Extremes Belohnungsempfinden in unserem Körper, deswegen auch dieses Suchtpotenzial, Coca-Cola mit Zucker etc., es braucht kein Mensch. Oder auch, was tatsächlich viele immer dachten, was als extrem gesund galt, ist viel, viel Obst essen, auch mit viel Fruchtzucker, Fruktose, tatsächlich auch zusätzlich zugeführt, oder Obst in Form von Säften. Du nimmst super viel Zucker auf einmal auf. Und das ist nicht unbedingt förderlich. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, um rauszukommen aus der Ketose, du isst mehr, ich sag mal, gesunde Obstsorten, also es gibt keine ungesunden Obstsorten, es geht dann immer um die Menge, aber zum Beispiel nach dem Training isst du eine Banane. Diese Banane wird einen Blutzuckerausstoß fabrizieren und in der Folge auch mehr Insulin. Und Insulin, gerade wenn dein Körper insulinsensitiv ist, also nicht insulinsensitiv, sondern das Gegenteil, insulinsensitiv, dann kann diese Banane dir helfen, dass du mehr anabol, ich sag mal, unterwegs bist. Das heißt, dass dein Körper einen verstärkten Muskelaufbau haben kann. Aber auch nicht nur Muskelaufbau, sondern auch eine verstärkte Regeneration. Das kann man sich auch manchmal vom Schlafengehen zunutze machen. Also es gibt auf jeden Fall Vorteile, wo man auch Kohlenhydrate auch mal einsetzen kann. Manche im Bodybuilding nützen die Ketophase, um ganz stark zu definieren, aber in der Aufbaufase essen sie wieder Kohlenhydrate. Und gerade durch das keine Kohlenhydrate und dann aber wieder Kohlenhydrate ist der Kontrast sehr stark für den Körper und natürlich dieser Anabole-Effekt auch größer, als wenn du immer Kohlenhydrate isst. Das ist so, der Körper passt sich an alles immer an. Dann Carbo-Loading vor einem Wettkampf als Ausdauerathlet. Das ist etwas, was super spannend sein kann, wenn du Läufer bist, wenn du Triathlet bist, wenn du Ironman machst. Also immer mehr Menschen im Ausdauerbereich setzen auf die ketogene Ernährung, weil sie ja dadurch den Fettstoffwechsel extrem trainieren. Und wenn der Fettstoffwechsel gut trainiert ist, dann hast du einfach die Möglichkeit, immer gut zur Energie zu kommen. Und wenn du aber zum Beispiel zwei, drei Tage vor dem Wettkampf deutlich mehr Kohlenhydrate isst, dann sind dir deine Glykogenen, die Kohlenhydrat-Speicher der Muskeln leer und durch dieses Kohlenhydrat-Essen bekommst du eine super Kompensation. Sprich, deine Speicher der Muskeln werden übervoll, also werden noch voller, werden ausgeweitet, sind groß, sind dann voll. Dann würde ich aber einfach nur schauen, dass du vor dem Wettkampf eben nicht direkt davor Kohlenhydrate isst, sondern dann wieder mit Fetten arbeitest und erst gegen Ende des Wettkampfs sollte an der Wettkampfstrecke, wie bei einem Marathon, auch Bananen angeboten werden, möglichst erst gegen Ende hin wieder Kohlenhydrate essen. Denn sobald du einfach gerade kurzkettige Kohlenhydrate wie Bananen isst, dann kann das einfach zu schnell Energie führen, aber auch wieder zu schnellem Energieabfall. Und damit habe ich mit vielen Ausdauerathleten die wir betreuen, Top-Ergebnisse. Das ist etwas, was super, super spannend ist, sich anzuschauen. Aber auch beim Bodybuilding ist es so, wenn du jetzt kurz vor einem Wettkampf stehst und du machst zum Definieren zum Beispiel eine Keto-Phase und dann aber kurz vor dem Wettkampf wieder langsam mit ein paar Kohlenhydraten rein, die du auch gut verträgst, das ist super, super wichtig, dann kann das zu einem extra Pump führen. Also das ist auch so, wenn du ein Foto, wenn viele Fotomodels oder auch Schauspieler einfach vor einem Shooting sind, dann machen sie so eine Definierungsphase, zum Beispiel Keto, Low Carb, Kaloriendefizit, was auch immer und essen dann aber noch mal etwas Kohlenhydrate, um einfach ein bisschen praller auszusehen, weil dann sie definiert sind, aber auch in genau der richtigen Dosis ein bisschen mehr Wasser, aber auch die Glykogenspeicher gefüllt werden, wodurch du einfach etwas praller aussiehst. Wann macht es noch Sinn, rauszugehen aus der Ketose? Zum Beispiel, wenn du ein Abnehmplato hast. Also du machst die ganze Zeit Keto, es passiert nichts. Wir haben gute Ergebnisse damit, dass wenn du dann einfach mal wieder Kohlenhydrate isst, dass einfach eine Veränderung im Körper auch da etwas anschieben kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie mache ich es jetzt richtig? So richtig oder falsch ist immer schwer zu sagen, weil jeder Körper ist individuell und du solltest auf deinen Körper hören und du solltest auch dein Experte werden für deinen Körper. Aber so ein paar Facts möchte ich dir einfach mitgeben, wie zum Beispiel, dass wenn du jetzt Keto-Cycling machst, das ist so der Fachbegriff, den wir gerne verwenden, also das heißt, deine Basis ist die ketogene Ernährung und jetzt gehst du raus aus der Ketose, das heißt, du erhöhst die Kohlenhydrate, dann würde ich mir mal überlegen, welche gesunden Kohlenhydrate gibt es, die du vermisst, wenn du strikt Keto machst, die du sehr wenig isst, auf die du richtig Lust hast und die du gut verträgst. Idealerweise eben auch Obst, aber Obst zum Beispiel würde ich nicht morgens nüchtern nehmen, sondern zum Beispiel nach dem Spazierengehen, nach einem Krafttraining oder als Nachspeise. Das sind so die optimalen Zeiten, wo ich jetzt zum Beispiel Obst essen würde, aber auch Mittag- oder Abendessen könntest du stärkehaltiges Gemüse einbauen, Süßkartoffeln, rote Beete, Kürbis, mehr rote Paprika, mehr Tomaten, das sind so die perfekten Sachen, einfach um fürs Keto-Cycling zu verwenden. Aber Achtung, zu den Mahlzeiten oder insgesamt während dem Keto-Cycling, aber besonders zu den Mahlzeiten, wo du die Kohlenhydrate raufschraubst, mein Tipp, schraub die Fette runter. Also wenn du zum Beispiel 150 Gramm auf Carbs, also das ist das Maximum, was man per, wenn man von Keto-Cycling spricht und man macht Low-Carb, wäre im Low-Carb-Bereich 150 Gramm maximal Carbs und dafür aber die Fette genauso stark runter, also richtig runter, meiner Meinung nach, lieber die Proteine noch etwas mehr. Das wäre jetzt die Möglichkeit, gesund die Ketose zu unterbrechen. Es kann auch mal für die Psyche oder einfach, weil du richtig Bock drauf hast, weil eine Geburtstagsfeier ansteht, eine Hochzeit und du einfach sagst, Mensch, ich möchte jetzt auch mal was anderes essen, einfach die Möglichkeit geben, dass du einfach auch eine Pizza isst, einen Döner isst, was auch immer. Klar, achte immer darauf, hochwertige Lebensmittel, egal bei welchem Ernährungsstil, sind immer zu empfehlen, aber auch gerade ich, ich bin so ein Genussmensch, ich finde es auch manchmal total cool, Dinge zu machen, die nicht unbedingt smart sind. Das gibt mir so ein Gefühl von Freiheit, wo ich aber auch natürlich sagen muss, ist natürlich auch einfach nur in meinem Kopf, denn an sich hast du mit der ketogenen Ernährung unglaublich viele Möglichkeiten zu variieren, gerade die Rezepte von Florence, unglaublich spannend, was es da alles gibt, Lava Cake, Kaiserschmarrn, etc. Und ja, jetzt für dich, wenn du jetzt sagst, okay, Ketose unterbrechen, ja, also ich habe jetzt die ketogenen Ernährung gemacht, ein Monat, zwei Monate und ich will eigentlich nicht weitermachen, mein Top-Tipp ist, mach danach Low-Carb und arbeite genau mit diesen stärkehaltigen Gemüsesorten, Obstsorten und variiere und bringe einfach ein paar Lebensmittel wieder rein, die du vermisst, achte aber darauf, dass du einfach die gesunde Basis hast, das heißt, schau, ob die Intervallfasten gut tut, mach es ab und zu, schau, dass du den Zucker weiterhin weglässt, weitestgehend, es ist an sich nicht notwendig, es gibt Erythrit und Stevia zum Süßen und auf der anderen Seite ist es auch nicht schlimm, wenn man mal eine Ausnahme macht, das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte, die Herausforderung ist halt immer das, wenn man zum Beispiel, ich kenne das, wenn wir zum Beispiel bei der Familie sind von Florence, es ist eine Weingegend, da wird mir jeden Abend Wein angeboten und ich finde es super, mal beim ersten Abend, beim zweiten Abend und wenn ich dann aber zwei Abende Wein trinke, dann merke ich am dritten Abend, oh, eigentlich so ein Glas Wein wäre ganz cool und wenn wir beim Reisen sind und es ist einfach total gemütlich und wir essen echt immer gut, aber wenn es dann mal da eine Bowl gibt, wo ein bisschen Reis mit dabei ist, da mal ein Inder, wo ohne Reis oder Naan nicht ganz so toll ist und man jetzt selber kein Brot vorbereitet hat, dann kommt man halt sehr schnell wieder in dieses alte Fahrwasser rein, auch wenn du deinen Körper unkonditioniert hast von Darmflora, von Gewohnheiten etc. Mein Tipp ist einfach, sei da achtsam und wenn du ein, zwei Tage einfach dich in eine andere Richtung orientiert hast, komm zurück zu deiner gesunden Basis und die gesunde Basis muss nicht Keto sein, sie kann Low Carb sein, sie kann alles sein, das Wichtigste überhaupt sind die Auswahl der Lebensmittel, dass die hochwertig sind, dass die möglichst natürlich sind, weil der Körper kann mit allem, was natürlich ist, gut umgehen, nur alles, was extrem verarbeitet ist, das setzt im Gehirn alle möglichen Mechanismen in Gang, wo wir nicht mehr rational handeln können und allgemein es einfach ausreichend Protein, das macht satt, Protein ist essentiell, Fettsäuren sind essentiell, und viel Gemüse, weil Gemüse auch essentielle Vitamine und Nährstoffe enthält, das heißt, es gibt essentielle Fettsäuren, es gibt essentielle Aminosäuren, es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate, das ist eigentlich der einzigste Hauptgrund, warum ich sage, okay, Gemüse, Protein und Fett als Basis ist ideal und dann schau einfach, wohin deine Reise dich hin entwickelt, etwas, wovon ich felsenfest überzeugt bin, ist die Ketose, der Fettstoffwechsel, ist der Gegenspieler zum Kohlenhydratstoffwechsel, gar nicht unbedingt Gegenspieler, sondern beides kann unser Körper und ich empfehle dir, dass du beides in deinem Körper kultivierst, sodass dein Körper beides kann, den Kohlenhydratstoffwechsel wirst du nicht trainieren müssen, den Fettstoffwechsel hingegen schon und wenn du jetzt schon lange Keto machst, kannst du mal über Keto Cycling nachdenken und dir überlegen, welche Vorteile könntest du eben in deinem Leben integrieren, wann würdest du es machen wollen und ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir helfen. Sollte etwas unklar sein, hinterlass mir gerne in den Kommentaren deine Fragen, ich werde sie dir beantworten. ,